Die Fahrt macht so ein Ball raus, hängen ab, so, 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 so. Dann, äh, kommen wir nach hier, steigen ab und holen das Auto. Ich lasse mich noch mal hier. 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 Ja, guck mal hier, deutsche Straße. Ist doch Deutschland. Mensch. Das ist doch. Das ist nicht los. Ich bin neu hier. Ich bin nicht allein. Das ist doch der Ton. Das ist doch der Ton. Das ist doch der Ton, oder? Das ist doch der Ton, oder? Das ist doch der Ton. Die Felge. Das ist doch der Ton. Das ist doch der Ton. Nein. Oh nein. Nicht das. Äh. 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 Was ist denn? Was ist denn? Ich sehe es nicht. Ich habe es doch eh gesehen. Mit kochen. Scheiße. Das wäre die. Okay, jetzt geht mich gradbig schon tension. Okay. Hhando kommt und taelt es auf. Auf geht's. Als wurde er parameters bewegt ist schon. Ski advances. Dann trują sich die Runde ein. Ich kaufe der Tr impacto kommt. Now aus. In Veränder 1 Met flash. Das geht aber nicht kaputt, ja? So, links, rechts, alles, ok. Ich wollte auch noch Musik gucken, ich wollte auch noch Musik gucken. Radio, komm mal an. Was ist denn mit dir, Alter? Der vorne steckt immer, hast du gesehen? Der schubst einfach in den Trecker, und da kam kein Schaden an sich. Hier, hier, hier. Keppichnack? Hallo? Ah, ok. Keppichnack? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Die machen das falsch, oder? Die machen das falsch, oder? Mach ich die ganze Getoffeln, Nick? Alter, das ist ein Kau-Tomb, ey. Das ist ein Kau-Tomb. Alter. 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 Schatty straight. Mopikor. Alter. 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 Das war's für heute. Das ist der Staub von Kieschen. Hälfte einstellen. Ich hoffe, ich habe nichts mehr zu machen. Okay. Okay, mal gucken, wie das macht. Das macht Geschmack gar nichts gerade. Es dreht sich im Feld, bis du bis dahin bist. Was machen Sie? Okay, er hat es besser gemacht. Ja, okay. Ja, aber so genau zu fahren ist aber auch gut. Jetzt kann ich es jetzt machen. Nichts. Jetzt kann ich es jetzt schon machen, bis es sei. Aber ich weiß nicht, dass es ist. Weiß ich nicht. Mein Auto steht immer noch da. Aber wenn wir jetzt die Reihe noch fälsch haben, dann... ...nach selber entlassen. Ja, okay. Um... ...verlangen wir das Auto... ...ä, also... ...fläpper. Ich muss nur einmal hochfahren, damit ich es näher ranne. Das war total. Der Spitz ist alles voll. Normal X. Hey, genau wie meine Haare, was ist denn da passiert? Ich glaube, das ist ein Wahnsinn, oder? Das war jetzt gut. Das war jetzt gut. Das war jetzt gut. Das ist so gut. Das ist jetzt so, das kann man auch verstehen. Sehr schön. Das ist jetzt so schön, dass man gerade den Trecker fährt. Das ist jetzt so schön, dass man gerade den Trecker fährt. Das ist jetzt so schön, dass man gerade den Trecker fährt. Ich glaube, so geht das auch. Das ist jetzt so schön. Das ist jetzt so schön, dass man den Trecker fährt. Das ist jetzt so schön. Das ist jetzt so schön. Das ist jetzt so schön, dass man den Trecker fährt. So machen wir Auto, ne? Abschließen brauchen wir nicht. Hier ist ja einfach gar keine Menschenseele. Samuel Ortega. Samuel! Samuel! Warte mal, brauchen wir irgendwas? Boah, was ist das denn hier? Wir können uns auch gerne mal die ganzen Sachen angucken. Hier gibt es auch alte Traktoren. Ein C-Tor. Das haben wir ja schon gesehen. Großtraktoren. Auch Schandier. Wendt wieder hier. 9000 Vario. Ich kenne mich auch nicht so aus. Klaas, Schandier. 4. Ach, es gibt... Oh! Oh nein! Alter! Sag mir nicht, es gab noch mehr Autos. Ne, okay. Es gab nicht mehr Autos. Okay. Es gibt nur 4. Ah, okay. Hier geht es auch noch mal weiter. So ein ganz kleiner Wendt. Wendt nutzt unsere Firma auch. So einer, ne? Der kommt mir wieder bekannt vor. Kompakt Traktoren. Mhm. So einer ist das. Schandier, Schandier, Mas... Was denn? Die Marke kenne ich überhaupt gar nicht. Massey Fugusen kenne ich gar nicht. Schandier kenne ich. Wendt kenne ich. Cytor kenne ich auch nicht. Äh... Weitere... Keine Ahnung. Klaas kenne ich. Cool. McCormick. Keine Ahnung. JCB. Deutzfahr. McCormick. New Holland. Schandier. Deutz. Okay. Ja, schon viele, ne? LKWs gibt es auch. Nein. So viel zu LKWs. Brauchst du so ein Ding, alter. Die geil, alter. Mega. Da sind ja einige Schätze dabei, ne? Boah, was ist das denn? Sektor werden zum Ziehen von einiger Maschinen benötigt. Ah, das wusste ich nicht. Danke. Ah, okay. Aber die American Twacks und die deutschen Twacks. Ah, alles klar. Und das hier... Gibt's irgendwo anders? Ich weiß nicht. For Man. Mähdrescher. Mähdrescher ist auch eigentlich eine Sache, die man eigentlich kaufen muss, ne? Mähdrescher. Mähdrescher. Ah, hier gibt's auch einige. Mähdrescher ist auch wichtig im Feld. Mähdrescher ist auch wichtig im Feld. Klaas. Mähdrescher. äh, da passt halt mehr rein, ne? Ich meine, wir müssen ja auch sparen, ne? Dann wird es der hier wohl sein. Oder? Warte mal. Äh, ja, wir gucken erst mal, ne? Bevor wir noch was kaufen. Was, ein Feldhäcksler? Okay, kenn ich gar nicht. Kenn ich gar nicht. Kartoffeltechnik. Ah, hätte man, hätte man gebraucht. Junge, das kostet aber zu viel. Sag ich mal. Alter, alter, was ist das für ein Apparat? Junge, Junge, was ist das denn? Junge, was? Wo, wo, äh, wo, wie, was? Wo? Voll, 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 fette Ding. Zurück. Rübentechnik gibt's auch. Rübentechnik gibt's auch. Alter, auch. Hey, der ist wie. Zuckerrohrtechnik. Sowas, aus wie von der Bergarbeitung. Baumwolle. Das sieht auch sehr krass aus, das Monster. Traumtechnik. Ah, okay. Haben die ja gezeigt in den Trailer. Oliwentechnik. Forst. Maschinen. Boah, auch krank. Auch krank. Forstmaschinen. Ponse. Rotter. Männchen. Das ist auch ein krasses Ding, ne? Der hat da diesen Arm. Das ist eine Klemme da. Der kann dann die ganzen Stämme darauf laden. Auch krank. Junge. Das sieht aus wie ein Mähdrescher. Tierhaltung. Was ist denn das? Was heißt das denn? Tierhaltung? Hey. Was? Äh. Jetzt versteh ich schon, was falsch drunter. Ach so. Futter. Ich denke, Gott. Wie, willst du damit Tiere irgendwie zerstückeln? Oder was ist jetzt los? Das ist für Futter. Junge, Junge, Junge. Pflanzenschutz. Ah. Wie ist das mit dem Düngen? Meer-Technik? Aha. Meer. Gut. Frontlader. Frontlader einfach. Radlader. Okay. Krass. Sie sehen aber aus wie Traktoren, ne? Teleskoplader. Kompaktlader. Gabelstapler. Diverses. Heißt was? Lightwolf-Aki-Power. Sieht aus wie eine Schnee-Maschine, ne? Okay. Keine, dass es da kein... Äh. Schitter. Bei Autos, damit man von A nach B kommt. Ja, das ist nur mal... Irgendwie ich jetzt. Äh. Achso. Äh, bin voll verpricks. Was ist hier denn? Sollen wir es austesten? Nee, komm, lass. Einmal so ein Loch rein. Oh. Weg ist er. Er kann aber... ...grad zieh, springen, ey. Oh, du wütz. Ich will keinen rauszoomen. Was geht da denn nicht? Gibt doch keine Ego-Perspektive, oder? Oder gibt's das, was wir beim Fahren? Im Vorstand, was Scheiße sage. Kann man Ego-Perspektive fahren? Boah, bitte. Bitte in Ego-Perspektive. Fahrzeugbeleuchtung, Fahrzeuggangsschaltung. Hey, boah, was für eine Gangsschaltung? Hey? Hey? Ich muss hier den Gang einzeln rein tun. Ähm. Kran, Fahrzeug. Fahrzeug, Arbeit. Ähm. Fahrzeug hier, warte mal. Ähm. Hier steht aber nur die Tätigkeiten mit dem Fahrzeug, aber Ego-Perspektive Ego-Perspektive gibt es hier kein... Also, Ego-Perspektive am Fahren. Fahrzeug möchte ich wachsen. Ich schiebe schon mal Kamera, oder? Kamera, Kamera. Hier, kann man aus. C, okay. Muss man gleich testen, aber. Geht ein... Also, hier geht nix. Wenn du zu Fuß gehst. Was ist das denn? Und der Peter lustig. So, da hinten sehe ich mein Auto. Das sieht man schon auf dem Limap. Limap, ne? So. So. So ist aber auch nicht schlecht. Übernimmt alles. Kann man damit nicht irgendwie Mittel kaufen? Mach du mal. Ach so. Da hinten auf... Ach so. Ne, ich brauche irgendwie... Objekte, genau. Big Bag, Paletten. Paletten, Big Bag, Ballen. Sorry, ist das... Aha, so kann man auch nachgucken, was man alles dafür braucht. Toll. Also. Was brauchen wir denn für Kartoffeln? Ach du Scheiße. Das ist nicht klug, ne? Gruppe. Alter, das hier brauchen wir. Äh, Scheiße. Ja, guck. Ja, ist okay. Aber gibt's hier... Big Bag, was ist denn das? Saatgut. Weizen. Hafer. Streusalz. Korn, Kalimant, Mineraldünger. Holen wir den mal. Ja. So, haben wir drei Stück gekauft. Ach, hier kann man auch... ...licke Dinger kaufen. Ah, hier gibt's Flüssigdünger. Mhm. Pappel. Zuckerrohr. Setzlinger. Oh, nicht schlecht. Saatgut. Siliermittel. Mineralfutter. Jo, okay, okay, okay. Ich wusste echt nicht, was ich damit anfangen soll. Ballen. Heu. Silage. Oh, Alter. So, was sind denn jetzt hier dicke Oschis? Äh. Was ist denn? Was ist denn denn? Alter. Kann man doch nicht erschrocken. Kriegt. Ich muss einen Gabel-Stabler haben, ne? Oh, nee, ey. Hey, so. Das ist fast hart. Das kann was reinstellen. Ja. Was ist denn? Das wird Ladefett natürlich. Ah, so. Gut. Schön. Cool. Schön. Schön. Ja. Oh. Schau. 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 Ja, guck mal, was ist das für ein Trecker? Das ist unsteuernd. Oh, von der Zier, das ist Zwei, Zier. Oh, das ist ein Ui, Ui. Das ist ein Trecker, das ist ein Trecker. Das ist ein Trecker. Danke, ich wohne hier. Ich wohne hier. Ich wohne hier, sag ich dir. Was ist das denn? Billige Textur, ey. Das wirkt zu schwer. Ich kann nicht mein eigenes Haus rein. Ey, was ist das denn? Ei, ei, ei. Ah, nee, war doch. Bitte. Ja. Ja. Was ist denn der Hund? Das Gefühl steht. Da ist er doch. Ja. Da haben wir Zeit im Lauf. Jo. Alles klar. Äh. Ja. Das ist besser. Wer hier ist ein braver Junge. Der weiße Braver. Der weiße Braver. Wer hier ist besser. ah, das ist ja geil freut er mich was wird denn das hier? achso ein psycho-wolf hier sehr geil wer ist hier geschlachtet und hier haben wir es wieder kurz wir müssen einbinden ok ey wir kommen hier raus zu denen oh der Hund stalker hm wie kann ich es hin ey was macht der Hund denn da hey das ist gleich wie noch oh hier gehts auch rum das ist echt komisch so ich geh jetzt mal die Maschine holen hab ich schon gekauft ne kurzer Gedächtnis sorry hab ich nicht gekauft warum 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 hab ich doch gekauft hey wo stand die alles was ich habe wo ist die wo ist die auf der Karte anzeigen bin ich auf der Karte anzeigen das wird das wird jetzt angezeigt das wird jetzt angezeigt ach da ist er alles klar alles klar ok dann bin ich weg scheiß runter das ist leider noch ein bisschen hell das ist leider noch ein bisschen hell aber nicht nach aber nicht nach das ist 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 das Musik 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 Ah, da muss auch die Leistung gehen. Da muss auch die Leistung gehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Was habe ich denn? Bis zum nächsten Mal. 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 pro Monat in der nächsten Jahreszeit aktiv. Okay, lassen wir mal. Verkaufen. Wir können aber nicht die aktuelle Uhrzeit umstellen, dass man das wie jetzt auf den Tag machen kann. Ja, eigentlich sinnvoll. Oh, ist das amerikanische Haus hier? Ah, hier, schlafen. Ja. Braucht diese Effekte, ey. Ey, was ist denn, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Warum flackert es denn jetzt? Ähm. Ach du heiliger, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Sind wir in einem Beet? Das hat irgendwas, oder? Boah, müssen auch pennen. Ich penn mal. Na, fehlen nur. Eine Stunde. Das Spiel ist nur verpackt. Ja, gut, das war's dann für uns, glaube ich. Ja, dann, äh, verabschiede ich mich hier. Er sieht, das Spiel ist on fire. Oh, witz. Ist gut, feier, ja. Na ja, bis dahin. Ciao. 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 Ciao.